ich kenne das spiel noch gar nicht der match nicht wirklich ja willkommen zu einer neuen aufnahme ist das glaube ich ganz genau und mit modi heute alleine mit modi ja die anderen hatten keinen bock und keine zeit und haben keine rückmeldung gegeben ich weil er sich weg ich schieße einfach drauf los und ja ich lerne das spiel heute kennen ja ich habe mit der maus geschossen das ist natürlich ein großer fehler so dann ja ich habe einen relativ starken wind ich kann das spiel übrigens schon also ich werde ihn wahrscheinlich ich kann mir waffen aussuchen versuche ich mal das hier und feuer ich habe den wind überschätzt ich spiele normalerweise nicht mit wind okay wir haben schwarzes loch das ist gut das heißt ich muss sehr viel niedriger zielen ich werde jetzt einfach mal den ultimativen move machen das hier ich kann nicht einsetzen oder oh nein ob ich wohl treffen werde ein flummi das nicht trifft immer wir haben noch ein zweites schwarzes loch äh nein das ist ein portal wie bei portal aha du musst also ins portal schießen äh ne musst du nicht aber dann kriegst du mehr xp okay das hier sollte reichen und ich habe eine relativ gute waffe ich könnte dich potenziell one hiten perfekt na dann und feiern was wo ist denn der hingeballert jetzt habe ich ganz woanders oh das war ein guter schuss der rollt nämlich nice also falls du es nicht gemerkt hast die waffen haben alle unterschiedliche eigenschaften ja das habe ich schon mitbekommen ich meine ja nur so ich bin aber bereit ich auch oh die habe ich sogar schon auf stufe 2 nice feuer und ich glaube du bist tot äh und meins hat gar nicht gewirkt ne ich bin noch nicht tot äh ja kann was hast denn du gerade geschossen luftangriff äh ja die muss liegen und dann ach verdammt ach so ein Mist ja immer mit A und D gelevelt hast du wahrscheinlich noch nicht bam und du hast ein zahnrad verloren perfekt tja gut erste runde kann man auch nicht kann man auch nicht gleich gewinnen ja es erwartet niemand dass du auf eine ansatzweise gut bist ich habe hier schon die ein oder andere stunde du spielst gerade mit dem pro im grunde ja sollte ich eigentlich nicht machen ne wahrscheinlich nicht nice voller treffer verdammt das war nicht die waffe so jetzt bewege ich mich auch mal ein bisschen ich habe nach oben gebaut kann sein okay aber du bist auch schon ordentlich verletzt ach das ist nix äh was trifft mich selbst ich habe mich selbst getroffen ne hast du nicht du hast deine leiche getroffen ja was hat mich für siegesmusik ich würde sagen ich habe gewonnen oh mein gott ja ja ich habe ein level up für den Bounder nice okay ja folgt mich ich habe die Waffe nämlich schon lange nicht mehr gesehen ich würde sagen klarer Sieg für mich oder ah locker sehr gut okay let's go wir zwei gegen die wir zwei gegen die ich bin hier hinten bewegungsphase nice ich mache erstmal ein safe hit auf beide wenn es gut läuft und ich feuere einfach drauf los ja mach das Attacke ich glaube die Ghostbomb müsste eigentlich reichen okay 18 okay wir haben noch eine Zeit in der wir warten müssen wir müssen warten äh ne wir warten bis äh Tigger0521 seine Waffe gepickt hat ja okay guter Doppel und sie haben verfehlt meins ist ein bisschen daneben oh nein die Schlange verdammt meins ist ein bisschen daneben gegangen die Flammen würde ich bei sowas nicht benutzen die sind eher für nahe Angriffen ach hat doch reingehauen ach ja das war nur die Spinne auf eins oh Gott der hat mich hier wird's drauf gehauen zweimal Schaden alles um Taktik mein Freund alles um Taktik ach Quatsch Feuer ist das Spiel auf Englisch oder auf Deutsch auf Deutsch natürlich Waffen auch übersetzt ja meins hat mal wieder nicht getroffen mein Sniper ja und ich wurde richtig schön weggekrittelt hab ich doch gesagt wir sollten nicht gegen PORUS spielen German on YouTube oh Englisch on YouTube German on YouTube kann man schreiben ach zum chatten ich bin schon wieder in meinem YouTuber Modus sorry ja Deutsche beide wahrscheinlich hab ich auch mitgekriegt so ein Krater na komm Attacke äh ja der Krater ist gut was ich konnte gar nicht äh ich konnte hab ich schon gefeiert oh Gott ich könnte tot sein was ja was zum was war denn das äh das war die Static oder meinst du die Piñata gerade ja die Piñata gerade schnellfeuer ich hab doch meine Waffe die ist ganz lustig nice ich hab solche Waffen noch gar nicht äh fahr mal in meine Richtung wie gesagt du kannst dich auch immer bewegen äh nö ja weil wenn du achso du bist tot wenn du leicht stehst dann kannst du meine Waffen mitnehmen ah du bist tot das ist ja okay ich bin jetzt auch tot oh mein Gott wie fast ich lebe noch äh was ist das oh der Kaktus Strike ja oh verdammt dein Kaktus Strike ist gerade sogar einfach verschwunden ich wusste gar nicht dass das passieren kann tja ja nice Musik kannst du mal Sieges Musik einstellen Moment ich hab mir glaube ich irgendwann eine gekauft die Musik ist nice so jetzt machen wir mal nicht nochmal gegen die ne nicht nochmal ah du ich weiß nur dass er höher gelevelte Waffen wahrscheinlich hat heißt nicht dass er nächster Runde so okay so die machen wir die mache ich fertig mal gespannt was du so zu bieten hast oh Gott okay ich werde erstmal auf jeden Fall gucken hm warum nicht so hab ich hier Voice Chat an oh ich hab die Level 2 Bounder nice ah tacke äh achso da landet meiner ich hab's wirklich geschafft mit dem Bounder zu verfehlen das geht eigentlich nicht aha ja was sagst du Bounder den hab ich glaube ich gar nicht äh doch den müsstest du haben du müsstest von allem die Stufe 1 Waffe haben hm ich hab Aufschütter Bagger Erdbeben Glänzern Granate Horizont Möchtest du mal die ultimative Waffe sehen die es nur gibt wenn du einen Entwickler besiegst na dann mach mal ja also ich bin ziemlich sicher die trifft dich aber vielleicht sehen wir sie Feuer und die fiegt eben raus oder äh was mit Männer Waffe hab ich gar nicht gefeuert oder hier schick dir mal eben deinen Kanal du brauchst das mehr als ich was ich hab dich übrigens mit der Godraver getroffen äh ja toll ja chatte dir mal eben deinen Arm rüber ich hab grad nicht hingeguckt drück einfach Enter ähm feiern shit äh okay ich hab vollkommen verfehlt macht jemand wieder auf YouTube heißt Mordes deshalb hab ich gemeint schick du einfach mal deinen äh ja wie heiß ich denn auf YouTube könnte man ja mal schick sie mal Mattenchen Menschen sind einfach dumm äh okay ich bin wieder voll im Game ich hab wieder raus wie ich das sieht gut aus die Piñata könnte dich potenziell wegbomben bin ich nicht ah wirklich nice ich bin tot bin ich nicht in deinem Team oder was war ich nicht in deinem Team oder was ich hab grad nicht aufgepasst nein du bist nicht in deinem Team ich bin hier gegeneinander hab ich dauernd gesagt ich treff dich voll ich pass halt nicht auf ah passiert ich dachte die ganze Zeit ich bin auf deiner Seite Mann Mordi ich bin doch immer auf deiner Seite ich bin doch immer auf deiner Seite außer meine und okay ich hab Minions ich dachte Team Bilateral kämpft gegen die anderen ja gut du bist tot so GG haben wir jetzt gewonnen? du hast gewonnen ich hab gewonnen Niederlage das ist Musik ist nix außergewöhnt hier ist mehr für mich ich bin den Kummer gewohnt hier sind auf jeden Fall Team 2 vom Rest weiß ich's nicht der Rest ist Team 1 so alle warten auf dich Buzzi okay ich bin mal gespannt wer ist jetzt Team ah okay oh ich bin welches Team jetzt? du bist Team 2 also die die bei dir grün und blau sind das sind die guten also die roten muss ich besiegen die roten muss ich immer besiegen ja ich hoffe jetzt einfach mal dass die Monde einigermaßen treffen Banane die Banane ist cool die trifft es ein ordentlicher Schaden na komm let's go die beiden anderen warten Banane oh ich hab ihn echt das hat's aber gar nicht gebracht ich hab den Black Hole Skillshot bekommen was ist mit meiner Banane passiert? die hat sich aufgesplittet und eins ist gerade ausgeflogen eins ist runtergefallen davon ich werd den hier jetzt erstmal richtig ordentlich erlegen so ich glaub ich nehm den Niedler so sehr gut na dann und feuern so attack hier das trifft einigermaßen du den da drüben oder ich die hier drüben so so machen wir's attack hier okay der ach du scheiße ich hab ein ganzes Treffer gelandet wow ich werd hier ziemlich vernichtet extremst Schlange mein neuer Attacker äh die Schlange ist auch sehr cool und Feuer ja nice aber die Schlange hat ordentlich getroffen ich bin tot so ein Dreck und du bist in nem Loch dran ja allerdings hab ich nen Bounder das heißt ich werd auf jeden Fall ein oder zwei Leute treffen so jetzt kommentiere ich wie du kämpfst tun sie das Ladies and Gentlemen Mordelf gegen den Rest der Welt Mordelf gegen Team 1 und Botsoi äh Botzi Botzi und Mordi gegen Team 1 ja wer wird gewinnen und ich hab noch wird es Team 2 sein oder wird es Team 1 sein wer wird die Schlacht für sich entscheiden also Botzi rasiert gerade richtig ordentlich ich denke er hat ne gute Chance let's get ready to die ok ich weiß nicht ob es trifft aber nein definitiv nicht scheiße das wäre ein ach du scheiße Lüfter angriff und noch Mordelf und Bean Yitz Pizza ist da wer wird gewinnen und Mordelf fehlt seine Waffe ich denke ich hab Bean Yitz Pizza ist schon fast am Boden er ist schon fast besiegt wird es Mordi schaffen und er schießt daneben und er schießt daneben und er schießt daneben wir sind beide absolut inkompetent äh ich hab nur noch ein Heddy Back Tatsache toll wir sind beide inkompetent Tatsache Ok und er fliegt viel zu gering oh und mir ist diskret langweilig ja wir sind beide absolut beschämend schlecht so aber du wirst es schaffen oh wir haben neue Waffen ok was nein er ist nicht tot und ich hab grad meinen besten äh er benutzt die Waffe wirklich es gibt Leute die unironisch benutzen scheinbar ja ok klar ich föllere dich an wollte man nicht muss man nicht und hier hier nochmal eine verpasst schön ich bin tot mir kannst du kannst nur noch Leichenscheinigung betreiben ah das ist nicht gut das ist keine gute Runde na komm du kriegst das hin das ist nicht mein Ernst oder sagt er ja so viel dazu ja das war und der Gewinner ist Bean Eats Pizza und sein Team und ich hab den Penetrator und das ist eine Niederlage Juhu na ich kann jetzt Leute penetrieren das ist nochmal Deathmatch gegeneinander zum Abschluss wer gewinnt ich sag mal so ich hab einen Megadigger ja gut ich hab ne Banane na dann viel Spaß Banane die Banane hat ja viel gebracht ja hab sie so und damit hab ich auch deine Route das heißt du bist wahrscheinlich komplett tot nein wie kannst du es wagen hm nein Technik tja Banane ja gut ich wollte dir ein bisschen was zu futtern rüber schicken ah verdammt ich hab die Banane ich glaub die esse ich dann später ähm ah ne das klappt jetzt nicht ich werde dir einfach mal ich glaub drei Granaten sollten eigentlich sein Schlange auf mich selbst und ich hab's verfehlt Suizidkommando ne ja das funktioniert nicht so ok hm vielleicht ich glaub ich mach dir mal eben den Weg Moment das könnte klappen unter Umständen ach kacke naja gut noch lebst du noch Banane oh nein wie konnte ich damit nur verfehlen ich schieß Bananen weißt du was ich werd ich werd mich jetzt einfach nicht bewegen und werd einfach vor mir in den Boden schießen das ist meine Lieblingswaffe Banane oh du musst doch irgendwann irgendwann treffen ich hab nen Roller eingesetzt der ist knapp neben dir getroffen hol dir mal lieber das Healthpack ok was hast du bekommen 10 Schutz 10 Rüstung ok ja die hast du direkt ausgerüstet und da kommt erst mal für 10 HP nichts mehr durch gut das war ein einfacher Schuss wirklich versuch's einfach mal mit Tastatur glaub mir es geht besser ähm Becker Deggern benutzt du nicht auf diese Distanz zu spät oh Gott achso Degger ich hab verstanden Degger weil Degger steht drauf B-A-G-G-E-R achso das ist ja Deutsch also Bagger ich liest die ganze Zeit auf Englisch vor stell doch einfach auf Englisch ich liest die ganze Zeit ich sag die ganze Zeit Bagger aber das ist stimmt Bagger auf Deutsch das andere heißt ja auch Krater oder Banane das ist ja schön guck mal Degger wär nämlich das hier gewesen oh ja da aber das ist mit D das ist nicht Bagger sondern Degger ja und durch solche Dinger auf dem Boden musst du eigentlich durchfahren nur zu spät obwohl ich kann noch Feuer ah Dreck nice und du hast Rüstung gekriegt das ist gut und na komm irgendwann irgendwann muss es doch treffen ja ja das war gut ja das mag ich ok was oh ok oh nein jetzt sehen wir aber die Godrace mal richtig hm ok vielleicht komm schon ich hab verfehlt aha ok ist nicht die stärkste aber die seltenste Waffe wobei ich nicht weiß ob die immer noch selten ist also hm ich komm zu dir Modi mach das ich werf dir einfach mal einen Stein in das Gesicht ouch und ich ne Granate auf mich selbst Suizidkommando knapp aber dank für das Zahnrad ich mach jetzt Suizidkommando erstens das wird wahrscheinlich kein Suizid und zweitens du wirst weggeblitzt oh ok so stirbt ein echter Mann ok ich hab den Roller eigentlich auf mich selbst gefeiert aber gut der ist in die andere Richtung der ist leider von mir weggerollert ich dachte der rollert zu mir hin aber gut Levelaufstieg Level 7 1 Panzeraufwertung Zipper aha und ich hab noch so viele Waffen freizuschalten so unendlich viele oh mein Gott ich hab fast aufgelevelt cool Obelisk oh ich hab eine neue Karte freigeschaltet äh ja ich benutze mir die Generated Maps die sind cool Shellshock Life ja ich würd mal sagen das war's mit Shellshock Life für diese ja das war's dann ich werd wahrscheinlich noch so die nächsten für diese erste Aufnahme Stunden damit verbringen dann bis zur nächsten Folge oder so oder bis zum nächsten Video das ihr euch anguckt und dann ja Hau tauren Hau tauren Teddy Hutgas viele Leute immer sagen würde ja also das war definitiv wie war das Däumchen Teilen Däumchen und nicht der ganz andere Scheiß ja hast du ja auch noch laufen oder was ich hab die Aufnahme noch laufen okay ein angenehm fürstlichen Tag euch hau tauren ciao ciao sie haben wunderschöne Glocken ja das sind die Glocken meiner Großmutter tsch jetzt queuku und kon oli und Untertitelung des ZDF, 2020